Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Dienstag, dem 13. April 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 986. Und ja, ich bin's wieder. Heute mit den folgenden Themen. Boston Dynamics, Mobility, Legion Phone, Duell 2, Malware, Daten, Leg die wahrscheinlich vierte, Google One und Nuance. Ich beginne gleich mit Boston Dynamics oder genauer gesagt dem amerikanischen, dem französischen Militär. Die haben sich nämlich Roboter, diese Hundedinger von Boston Dynamics zugetan, die wir auch im Geek Talk schon das eine oder andere Mal behandelt haben und von denen man im Internet schon einiges an Videos sehen kann, wie die Stehaufmännchen sind etc. und so weiter. Davon gibt es ja jetzt eine kleinere Version, die käuflich zu erwerben ist, wo man dann einsetzen kann. Kostet ein bisschen ein Vermögen und kann noch nicht allzu viel. Doch, sie können natürlich Türen öffnen und all das Zeugs, was man in Videos gesehen hat. Aber dem französischen Militär sind sie nicht ganz so das, was sie gesucht haben. Irgendwie hat da nämlich der Akku nicht so ganz mitgespielt. Für all diejenigen, die unter anderem, wahrscheinlich auch ich, Angst vor Skynet oder was war das, hatten, es ist noch nicht ganz so weit. Zumindest das, was wir zu sehen bekommen. Wir wissen ja nicht, was bei Boston Dynamics und bei anderen Firmen noch in den Köchern rumsteht und in Laboren werkt und getestet wird. Und ja, was wir eben, wie gesagt, noch nicht sehen. Weiter geht es mit Mobility. Das ist ein Schweizer Provider oder ein Schweizer Anbieter für Carsharing. Dort kann man kleine, grosse, mittlere, dünnere und umfangreichere Autos mieten mit einem Jahresabo oder pro Kilometer bezahlt. Oder ist das Kilometer? Ja, ich glaube einfach, man kann sich ein Auto mieten, wenn man schnell mal was haben muss. An vielen grösseren Bahnhöfen der Schweiz gibt es solche. Und die stellen bis im Jahre 2030 vollkommen auf E um. Also alles mit elektronischen Fahrzeugen. Über 3000 Autos sind es und 1500 Standorte in der Schweiz, wo man eben solche Autos sich borgen kann oder wegnehmen kann oder wieder platzieren kann. Und das wird umgestellt. Und damit das funktioniert, braucht es natürlich eine eigene E-Ladestation. Wie sagt man denn? Population quer übers Lamm verteilt. Ich frage mich, weshalb eine eigene? Wäre es da nicht besser, mit anderen zu kooperieren? Aber ja, eben. Man braucht eine eigene Ladestation. Aufgebaut wird die aktuell. Und es sind 300 Ladestationen, die aktuell ausgeschrieben sind, schweizweit. Mal schauen, wohin das geht. Das Umstellen auf Elektro-Cars ist sicherlich nicht der verkehrte Weg, wie ich finde. Und bin schon mal gespannt, wie das Ganze, und vor allem was da alles an Autos reinkommt. Die Kooperationen, die sie da normalerweise haben, gehen eher in Richtung Deutschland. Also sprich, irgendwelche BMWs etc., die es da so gibt. Dann hat Lenovo ein neues Smartphone vorgestellt. Und zwar das zweite dieser Generationen. Aus der Legion 3 ist die Spiele-Label bei ihren Rechnern. Und da ist jetzt das erste mit Lüfter versehene Smartphone rausgekommen, das es in sich hat. Und zwar richtig. Da klotzt Lenovo richtig stark mit dem Qualcomm Snapdragon 888 und 5G. Chipsatz, der da drin ist, 18 GB. Ich wiederhole mich, 18 GB. RAM sind damit verbaut. 512 GB Speicher seitlich und unten dran ein USB-C-Port. Also man kann auch während des Spielens aufladen. Und hinten findet ihr Lüfterzugänge. Ein grosses Display, schöne Auflösung, AMOLED-Screen etc. 144 Hertz, was man halt alles so möchte als Gaming. Und die Frontkamera, die oben rauskommt, also seitlich oben rauskommt, löst mit 44 Megapixel auf. So könnt ihr euch direkt während des Spielens auch aufzeichnen und das Ganze so dann ins Netz streamen. Im Idealfall logischerweise auch gleich über das 5G-Netz. Weshalb nicht? Erhältlich ab Mai 2021. Ich bin mal gespannt, ob ich mir das mal ein bisschen genauer anschauen kann. Dann gibt es unschöne Neuigkeiten für alle Android-Nutzer. Das hat Checkpoint Research herausgefunden. Eine App, die sich nannte, die gibt es jetzt zum Glück nicht mehr, Flix Online, hat sich getarnt als eine Art Netflix-App, worüber man Netflix kostenlos nutzen konnte oder einsehen konnte, wie auch immer. Es haben einige Leute sich runtergeladen und die App hat dann ein paar Berechtigungen eingefordert, wie zum Beispiel die Akku-Optimierung ignorieren oder eine Overlay-Funktion, also Benachrichtigungsfunktionen erweiterte und so weiter. Und damit konnte sie sich Zugang zu eurem WhatsApp erschleichen und da dann eure Kollegen und Freunde und WhatsApp-Kontakte generell zuspammen mit. Hier bekommst du zwei Monate kostenlos Premium Netflix, bla 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 und so weiter und so verbreitet sich die Malware weiter, weiter und weiter. Ziemlich unschön, vor allem für diejenigen, die es sich runtergeladen haben. Man sollte einfach auf solche Dinge nicht reinfallen und immer nur das Original aus dem Store laden und sich zwei, dreimal versichern, dass es auch wirklich die Original-App ist und nicht irgendwie so eine Google-App, die es da noch gibt. Dann hatten wir es in der letzten Woche schon mit Facebook. In der Zwischenzeit kam auch LinkedIn dazu und war nicht noch irgendetwas. Ich weiss nicht mehr. Instagram, glaube ich. Nein, dieses Mal Instagram nicht. Daten-Lags, respektive Daten, die abgezogen wurden aus den Social Networks. Jetzt ist Clubhouse an der Reihe. Eher etwas Neues. 1,3 Millionen benutzerbezogene Daten wurden rausgezogen. ID, Name, Foto-URL, User, Profilname, Twitter und Instagram-Account etc. wurden rausgesaugt. Nach Clubhouse-Auskunft seien keine E-Mail-Adressen oder Telefonnummern und geschweigen dann auch keine Kreditkarteninformationen bei den Daten dabei. Aber dennoch Punkte und Informationen, die halt eben nicht nach aussen gehen könnten wegen Social Engineering und die ganzen anderen Möglichkeiten. Wer also in nächster Zukunft E-Mails bekommt, wie irgendwie, da musst du dich einloggen wegen und dem Quatsch usw. macht es nicht und lockt euch nur über die offizielle App und oder Webseiten ein. Und am besten geht ihr gleich nach Clubhouse und zu all den anderen Diensten und ändert euer Passwort. Noch viel besser nutzen Passwortmanager. Gerade auf dem Pogipsi.ch-Blog in den letzten Tagen, war es gestern, glaube ich, veröffentlicht, ein Blogpost zu Passwortmanager. Warum man diese nutzen sollte. Wer das also noch nicht tut, unbedingt tun und regelmässig Passwort ändern und vor allem ein starkes Passwort verwenden und ungleiche Passwörter für die ganzen Social Networks, die es halt so gibt. Dann geht es weiter mit Google. Per 1. Juni diesen Jahres ist es so weit, dass der kostenlose Google-Speicher nicht mehr geben wird. Das heisst nur noch die 15 GB, die man da mitbekommt. Alles, was drüber geht, muss man sich verdienen oder besser gesagt bezahlen. Das tut man mit harter Währung, Schweizer Franken, Euronen oder US-Dollar. Je nachdem kann man sich ein 100 GB Package, ein 200 GB Package oder ein 2 TB Package von 1,99 im Monat bis 9,99, das sind zumindest die Euronenpreisen, dazukaufen. Um eben den Fotodienst und auch die ganzen anderen Geschichten rundherum zu nutzen. Dazu nutzt Google den Dienst Google One, was eben die Speicherplattform-Basis quasi ist, wo man das Ganze sich erweitert. Den Speicherplatz braucht man natürlich nicht nur für eben genannte Fotos, sondern auch für das Google Drive und Daten, die halt da in dieser Google Cloud drin liegen. Wer das nicht möchte, sollte sich seine Fotos mal aus der Google Cloud rausziehen und sich nach Alternativen umschauen. Meiner einer hat das auf jeden Fall schon vor Jahren getan und es gibt für mich aktuell keinen Grund, weshalb ich die da jetzt wieder reintun sollte. Dann geht es noch weiter mit Microsoft. Gestern wäre es noch Gerücht gewesen, heute bestätigt. Microsoft möchte Nuance kaufen. Nuance sagt dem einen oder anderen vielleicht etwas. Die haben damals unter anderem auch Siri mitentwickelt, also auf der Basis der Technologie kam daraus. Und die haben mit Dragon, Dragon Dictate etc. Software, wie man Texte per Audio in Computer einsprechen kann. Eine Software, also Dragon Dictate, habe ich über die Jahre genutzt, um zu bloggen. Und nutzte auch unter anderem meinen Arzt zum Beispiel, der dann schlussendlich da Daten damit eingibt. Und deshalb hat das Microsoft auch gekauft. Es geht nämlich darum, um Ärzten zu erleichtern, die Gespräche mit Patienten einfacher zu digitalisieren und in die Krankenakten aufzunehmen. Jetzt mal schauen, was die Webwerbsbehüter dazu sagen werden. Und dann, ach ja, Betrag. Was waren es? 19,7 Millionen oder Milliarden? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, Milliarden natürlich. Was sind schon Millionen? Genau, in dem Bereich. 19,7 Milliarden wurden gesprochen von Seiten Microsoft. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich wünsche euch am heutigen Dienstag einen guten Start in die neue Woche und werde den Achim in dieser Woche wieder vertreten. In diesem Sinne, bis bald und wenn ihr mögt, bis morgen. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.